Unnötige Dinge, die ich als Kind gemacht habe, aber es wird immer dümmer. Viertens, wenn ich früher immer an Zäunen entlang gelaufen bin, habe ich meine Hände immer an den Zäunen so lang krattern lassen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, ich war halt schon immer komisch. Drei. Wenn wir schon beim Laufen sind, wenn es zu langweilig wird, bin ich immer am Boden von Platte zu Platte gesprungen. Mit der richtigen Fantasie hat es richtig gut geklappt. Zweitens, bin ich der Einzige, der bei zu viel Langweile in der Schule immer diese Bänder vom Rucksack aufgerollt hat. Das war die pure Zeitverschwendung. Erstens, aber am besten gegen die Langweile hat das allseits bekannte Löcher in Radiergummi stechen geholfen.